Ja, heute let's play ich wieder Minecraft und ja, da ist unser Haus wie vorhin und ich habe noch ein kleben, jetzt ist gerade ein gekonnt, ein Schweinekokulett, jetzt habe ich Hunger aufgefühlt und ja, ab an die Arbeit. Aber als ich Jelly Go den ersten Teil des Playt hatte, hat man mich nicht so ganz verstanden. So, jetzt ein Backofen. Haben wir überhaupt Kohle? Nein, die müssen wir uns erfahren. Ja, Twins kommt schon hier und die Türen, wo soll ich die Türen hinsetzen? Also ich weiß, dass ich da die Türen hinsetzen werde. Hier. Ja, es ist kalt und wieso ich jetzt wieder nicht keine Facecam hab, hab's doch schon im ersten Teil glaub erklärt. Oh, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn. Eigentlich würde ich es gerne erzählen, aber ich muss Essen sammeln, da seht ihr's. Da stelle ich nochmal, also ein Huhn, wenn ich coole sehe, dann baue ich's auf. Ah, hier vorne haben wir's. Wenn man Minecraft einfach Multiplayer zockt, dann fühlt es sich einfach so cool an. Beispiel, man kann zum Beispiel, ja. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sortiere es immer so, dass da Werkzeuge dort sind. So, jetzt sammle ich Holz. Nee, noch nicht. Ich möchte noch Essen sammeln. Oder Essen hier schon eins. Ich möchte ja nicht nur so viel Kohle verbrauchen. Das ist ein Reichenbaum. Das ist ein Reichenbaum. Also hier wie ein Fichtenbaum. Das ist ein Reichenbaum. Das ist ein Reichenbaum. Das ist ein Reichenbaum. Oh ne, da ist ein Zombie mit einer Diamant. Ich meine, Eisenschaufel. Ich frage mich immer, wieso Zombies Eisenschaufel in der Hand haben. Ich habe mich jetzt gerade verlaufen. So Leute, ich habe es gefunden. Und das war eigentlich sehr blöd. Denn ich habe gerade ein Filmmaterial geguckt. Bestimmt gar nicht. Weil, sonst würde ich hier nicht mehr weitergehen. So. Jetzt nehme ich mal Beef. Das habe ich noch. Oh nein. Jetzt habe ich noch. So, jetzt habe ich noch was. Ich hoffe, es ist genug hoch. Ich werde nämlich noch ein neues Projekt machen. Und es wird heißen. Ähm. Also. Mein Kanal hätte ich das noch nie gemacht. Aber ich würde es gerne machen. Wenn ich so ungefähr 100 Abos erreiche. Und zwar ist das Fragen und Antworten. Ihr stellt mir die Fragen. Und ich werde sie in einem Video beantworten. Also ich lese die Fragen vor von euch. Und. Ja. Und. Und. Ja. Und zwar gibt es auch Lama sind Fortnite. Achso. Was ich noch sagen wollte. Ähm. Ich kann. Ich kann. Ich würde ja schon Fortnite Let's Playen. Aber. Geht nicht. Playstation Konto. Also. Also kurz gesagt. Ich möchte es ja schon aufnehmen. Aber. Ähm. Ich hatte da so eine PS4 Slim. Also ich meine die normale PS4. in weiß. Dann. Hat. Nachher hatte ich da mein Account drauf. Wo ich auch YouTube mache. Und. Dann. Hatte ich. Ja. Also dann. Versuchte ich. Mit einem. Also. Ich erkläre es euch so. Wir hatten eine normale PS4 in weiß. Dann war da mein Account gespeichert. Und. Dann hat sich mein Bruder so eine PS gekauft. So eine andere. Also die ist nicht kaputt gegangen. Holz. Nur eine andere Art Kompletstation. Und. ich. wieder mit meinem Account fort. Versuchen. Einzuloggen. Ging. Es. halt. einfach. nicht mehr. Und. mein Account konnte. steht einfach drauf. E-Mail. So. er wurde schon benutzt obwohl ich mich anmelden wollte ich wollte mich nicht registrieren obwohl ich mich anmelden wollte ich noch eine Wolle haben um am Teppich zu machen so, meine zwei Türen und so die stelle ich hier hin noch gar nicht schlechter auf ich kann ihn noch besser probieren und dann tue ich mit Holz das tun so stimmt ich muss noch mal craften so den Boden kann ich euch kann ich euch mal zeigen was ich den mache so Video ist bald Ende aber den Clip wo ich mein Haus suche werde ich ja sowieso noch rauslassen also fliebe ich noch lange dann dann sonst dann 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 Die einfach so bei den Wäldern sind halt viele Tiere. Und soll ich dann wieder ein Schaf winken? Blöd Frage. Aber der ist doch in Grau. Ja genau hier, diese Stelle hier. Achtung, ich sterbe nicht, wenn ich es so mache. Nein. Shit. Ich nehme mir rot und statt weiß. Ich meine Grau. So bin ich wieder raus gekommen. Und ich habe versucht... Hä? Ich habe da nicht eine in... Kann man da nicht einen... Oder... Noch ein Schaf. Also... Ja... So... Graue... Ähm... Ja... Ja... Ich will nicht draufsteigen. Ich kann das machen. Nein, was? Uh, das sieht voll aus nach... Das sieht ja voll toll aus. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich will den letzten Namen nach oben sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!